Hi Leute, ich bin Tom und bei mir dreht sich alles in die Themen VW-Bus, Familienleben, Hobbywerkstatt und Mikroabenteuer. Hier mal ein kurzer Einblick. Du willst mehr T6-Videos sehen? Fährst du vielleicht selber einen Bus oder möchtest einen kaufen? Bist Familienmensch und bastelst das ein oder andere gerne selber in deiner Freizeit, dann abonniere jetzt den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen.